Also es ist das letzte Mal mit Luke Okay, viel Glück bis dahin Sechs Erfahrungen! Sag dich doch! Auftrag erfüllt Auftrag erfüllt Und du hast sogar Menschlichkeit dazu gewonnen Ja, manchmal lohnt sich so ein Geschäft Rechts Äh, überschluss Lagerhaus Den Gedöns von Zau Frag jetzt reichen Ich... Glaube Das ist ja das von Syndicate Hilfe Rechts Okay, ich habe mich laufen gerade Kein Problem Ich leite dich Rechts Links 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 Rechts Und da sind wir schon Sprech Ja Leute, ich würde auch an eurer Stelle sprechen Denn das wird... FWES Da weiß ich, dass viele Leute mit Waffen auf uns warten werden Oder auf uns noch zukommen werden Mhm Aber du kannst hier noch Sachen einzahlen Wie Autoradio und so Die sind hier überall versteckt Dann kriegst hier glaube ich zwei oder drei Also mindestens zwei, allerhöchstens drei Ich meine, wenn du dahin die Leiter hoch gehst Und da oben Bei dem Giraffe Kriegst du auch noch ein Autoradio Und da oben Irgendwo hier oben Ich meine Ich meine Ja Genau Genau Pfff Schubs halt die Pakete runter Klar Ja Knock, knock Where is Johnny? 5 725 725 Ja 725 Ich bin ein An%&%&%&&%&%&ak 525 Ich bin ein%&%&%&%&%&%&%&% Oh oh oh. Wow, du verreckst gleich. Ey geil, in de Luft verreckt. Eigentlich wollte ich runtergehen und die alle abschlachten, damit die den Dieb da auch nicht kennen. Aber es bringt eh nix. Weil du kannst ihn nachher eh nicht mehr anreden. Na und? Ich find's einfach menschlicher. Juhu. Ich glaub die Autoradius kannst du auch nachher noch holen. Oha. Gut gesprungen. Juhu. Juhu. Jumping. Jetzt schubst sie schon wieder. Du bringst doch echt immer überall Unordnung. Okay. Klar. Oh. Ach du sprichst da schon. Okay. Jetzt aufs Import. Ja das stimmt. Ja das stimmt. Die geht auf mich los. Ja klar. Und wie die auf dich los gehen. Oh oh. Vorgebrauch schütteln. Beziehungsweise durchklappen. Aber das sieht böse aus. Du verrätst. Sag mal. Wieso kann ich dich? Hallo. Ich steh vor dem und. Bitte. Ich steh vor dem und krall mir den. Und der rennt weg. Bitte wie soll das gehen? Den MАlerdoin. Die mother kind Cristit Moscow aus. may i am you. Ich steh vor dem wort. ich könnte nicht wider irgendetwasören. Ich kann mich wunderbar auf einmal! Nein, Sieur mean Herr. rule das nicht! לא! Sieht, okay! Das spürt. Das stanziusiscoverressive ist nichtLING. Sieht. Schießt ihm halt ins Bein. Schießt ihm auch gleich den Kopf. Boah, das war knapp. Du brauchst Blut. Du brauchst Blut. Guck mal, beim Kech des Hasses, ist da Blut? Zwei. Naja, benutzen. Ja! Nein! Jetzt aber, bitte, 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 bitte. Boah, der wurde von seinem Kollegen umgebracht. Nur damit ich ihn nicht fressen kann. Immer trinken. Oh, saug den ab. Oh, was zum... Jetzt nicht. Oh, der ist aber gut erzogen. Guck mal, wie viel Blut er gibt. Immer wie viel Heilung. Oh, du blut. Yummy. In diesem Falle. Ja! So, erste Partilion. Jetzt kommt die zweite und die dritte. Das solltest du doch wissen. Ja, klar, aber... Miep! Ich bin einer! Das ist ein Tausend! Wie kann ich mich von da unten austreffen? Wenn du sie genauso trist, wie du sie... Ja, aber irgendwie völlig sinnlos! Headshot! Headshot, baby. Bang, bang, you're dead. Oh, von allen Zweiten. Die hat gesessen, die hat gesessen, die hat gesessen. Geiler Bug, du schießt durch das Gitter durch. Nein, ich ja. Ja, ich schiefe ihn ins Bein. Und einmal in den Uterus und ich bin verreckt, ja. Oh, ich glaube, das war's. Oh, wohl nicht mehr. Ja, genau. Emotiv will ich knappen. Das zieht aber überlegen. Ja, eben. Deswegen kurz warten. Hallo? So, ich scha- Haaa, ja. Vorsicht, wag nicht zu viel. Achtung, Achtung, Achtung. Das ist da rübergegangen. Das ist da rübergegangen.